G.A.W. Das Kompetenzzentrum für Arbeits- und Wohnintegration. Die Gesellschaft für Arbeit und Wohnen G.A.W. ist eine privatwirtschaftliche Unternehmung mit sozialer Zielsetzung. Unsere Aufgabe ist die gesellschaftliche Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen der Arbeitsleistung und der Alltagsbewältigung. Die G.A.W. unterstützt und begleitet Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Wir setzen uns dafür ein, dass sie ihr Potenzial entfalten und so selbstbestimmt wie möglich leben, wohnen und arbeiten können. Die G.A.W. mit zurzeit 77 Mitarbeitenden bietet rund 200 geschützte Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie 25 teilbetreute Wohnplätze an. Wir fördern unsere Klienten einerseits durch berufliche Ausbildung, andererseits dadurch, dass wir individuell angemessene Tätigkeiten und Aufgaben bereitstellen. In diesen kann sich jeder in kleinen oder großen Schritten weiterentwickeln. An allen Arbeitsplätzen beschäftigen wir Fachkräfte, die sich neben ihrem Erstberuf auch im agorischen Bereich weitergebildet haben. Mit großer Flexibilität werden in unserem Betrieb einfache sowie anspruchsvolle Ausrüst-, Verpackungs- und Konfektionierungsarbeiten sowie Montagearbeiten für unsere Auftraggeber durchgeführt. Waschen, bügeln, finishen – der Alltag in unserer Lingerie. Sie sorgt mit der Bereitstellung der Berufswäsche für ein sauberes Erscheinungsbild ihrer internen und externen Kunden. Zu dieser Abteilung gehört auch das Hauswirtschaftsteam, das Büros und Häuser reinigt und pflegt. In unserem Gastronomiebetrieb Breite kocht das Team für das Personal des Hauptsitzes der GAW sowie für externe Gäste. Gut, gesund und zu attraktiven Preisen. Die Gastronomie mit ihren abwechslungsreichen Aufgaben ist ein beliebter Arbeits- und Ausbildungsort. Als Migro-Partner führen wir zwei Migro-Filialen in Basel. Angeleitet und unterstützt von Fachleuten des Detailhandels können hier Menschen mit Leistungseinschränkungen ihre Verkaufsausbildung absolvieren. Gelati Gasparini ist eine kleine regionale Glasse-Manufaktur mit Sitz in Münchenstein bei Basel. Die bekannten und beliebten Glasse-Produkte werden von einem Team aus Fachspezialisten und Menschen mit Beeinträchtigungen produziert, verpackt und ausgeliefert. Die Praxisfirma La Gelateria bietet kaufmännische Ausbildungs- und Arbeitsplätze im geschützten Rahmen an. Die Firma spiegelt die Organisation und die Arbeiten einer authentischen Kaimu ab, jedoch ohne realen Waren- und Geldfluss. In den beiden Wohnhäusern sowie in einer Dreier-WG lernen Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung, sich ihr Leben neu einzurichten. Sie finden dort ein Zuhause mit einer behaglichen Atmosphäre, Vertrauen, Geborgenheit und Rückhalt auf ihrem Weg in größtmögliche Selbstständigkeit und Selbstverantwortung. Die GAW ermöglicht Menschen mit einer Beeinträchtigung, ihre Fähigkeiten zu erproben, eine Ausbildung zu absolvieren oder schrittweise den Weg zurück in die Arbeitswelt zu finden. Dieser Prozess wird durch qualifizierte Fachleute begleitet und gefördert. Sie prägen das, was wir als unsere unverwechselbare GAW-Kultur bezeichnen und sie geben unseren Dienstleistungen ein persönliches Gesicht. Der Erfolg der GAW ist der Erfolg unseres gesamten Teams. GAW – Ihr Kompetenzzentrum für Arbeits- und Wohnintegration.